War das nicht, ähm, diese eine Zeile hier war besonders, clever finden Sie nicht. Ich liebe es, es schreibt einfach wundervoll. Und Dorothy Parker mag ich auch, hintergründiger Humor, wissen Sie? Hintergründiger Humor ist meine Religion. Ich krieg sowas nicht hin, Sie können das auf jeden Fall. Nicht besonders hilfreich, was Beziehungen angeht. Ich glaub, das ist nicht wahr. Also gut, sollen wir abrechnen? Ja. Ich weiß, Bargeld. Das hier ist meine Telefonnummer. Naja, die Nummer vom Laden. Falls Sie mal wieder zufällig in der Gegend sind und Lust auf einen Drink oder einen Kaffee haben. Klingt gut. Würde mir gefallen. Das hier wurde mir gefallen. Vielen Dank.